und haben heute den Fraktionsvorsitzenden auch gewählt. Ich darf hier ganz herzlich gratulieren an dieser Stelle Ralf Brinkhaus zum neu gewählten Fraktionsvorsitzenden der gemeinsamen CDU-CSU-Fraktion mit 85 Prozent der Stimmen gewählt. Wir hatten natürlich in der Fraktionssitzung eine Aussprache, das ist ganz klar nach so einem Wahlergebnis. Es war eine sehr sachliche Aussprache, die wir gehabt haben und insofern blicken wir jetzt nach vorne. Es ist jetzt geklärt, wie die Zusammensetzung ist. Wir haben den anderen Teil des Fraktionsvorstandes, das heißt außer Alexander Dobrindt und ich, kommissarisch im Amt bestätigt. Und wir haben heute besprochen, dass wir aktiv unsere Gesprächsbereitschaft anmelden und das heißt jetzt nicht nur über die Medien und über die Öffentlichkeit unsere Gesprächsbereitschaft formulieren, sondern dass wir sie auch aktiv gegenüber möglichen Sondierungspartnern zu erkennen geben. Morgen früh wird sich der geschäftsführende Vorstand das erste Mal treffen und dann geht's los. Und insofern freuen wir uns auf das, was jetzt kommen wird. Der Sonntag war kein schöner Tag, aber jetzt gucken wir nach vorne. Dass es seine Bereitschaft gibt, Verantwortung zu übernehmen, dass das aber nicht mit einem Ausverkauf der eigenen Positionen und eigenen Themenbereiche einhergehen kann. Und darüber hat sich, sagen wir mal, sehr viel in der Debatte gedreht, dass die richtige Balance gehalten werden muss aus der Verantwortung einerseits und der Glaubwürdigkeit der eigenen Positionen auf der anderen Seite.